3, 2, 1! Heute wird hier die offizielle Einweihung vom Standort Duisburg gefeiert. Das zeigt, dass wir wachsen, weil wir besser, schneller und irgendwie anders sind. Ich habe selten so viel Motivation, Engagement und Euphorie und auch Firmenbindung miterleben können und fühlen dürfen. Das ist eine Riesenstärke für BOW und ich freue mich auf die Mitarbeiter und auf das Unternehmen. Wir wollen richtig, richtig groß hier werden und wenn der Arbeitsmarkt sich weiter so positiv entwickelt, wie in den letzten Wochen bestätigt, wird das, glaube ich, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Standort in der B&W-Gruppe werden. Ich freue mich erstmal, dass BOW hier in Duisburg, ganz nah am Vodafone Campus, den nächsten Standort eröffnet und mit uns im Telemarketing hier ein gemeinsames Team aufbaut. Und darauf freue ich mich, auf die Mitarbeiter, die hier angekommen sind und neu gestartet sind und mit Vodafone als starker Marke hoffentlich auch einen guten Partner an ihrer Seite spielen. Wir haben uns auch natürlich mit der Historie von Duisburg beschäftigt und nachdem es gibt keine bessere Symbolik für einen Standortleiter und Verantwortlichen zwischen der Geschichte von Duisburg und der Zukunft wie diesen wunderbaren Bergbauhelden. Und wenn Sie uns dennoch anziehen würden... Wir haben natürlich eine industrielle Kultur, aber wir haben auch eine Dienstleistungskultur und da, denke ich, werden wir noch sehr viele positive Ergebnisse erzielen. Wir haben uns einige Städte angeguckt, aber von den Rahmenbedingungen, Arbeitsmarktdaten, Immobilien, Verfügbarkeit, aber auch wie die Staats- und Wirtschaftsförderung und Bundesagentur uns hier unterstützt hat und willkommen geheißen hat. Das waren schon Argumente, wo wir gesagt haben, Duisburg ist es. Hier hat man eben natürlich einen sehr zentralen Standort und das war auch letztendlich entscheidend, warum BOW hierher gegangen ist. Man hat es auch gehört vom Auftraggeber, der eben bisher schon sehr zufrieden ist an den anderen Standorten. Und das ist für uns natürlich auch ein Anspruch, das Unternehmen zu unterstützen, dass es hier auch erfolgreich sein wird. Während wir gleich noch andere Reden hören, wäre es schön, wenn Sie dieses Moo-Shirt anziehen. Und ich weiß, er ist der Typ, der es tragen kann, oder? Eins, zwei, drei, Moo! 45 Mitarbeiter sind schon und wir haben richtig Bock auf mehr. BOW gehört zu den großen, zu den Top 4 in Deutschland und insofern ist das für Duisburg erstmal ein Riesenglücksgriff. Wir hier vor Ort können Dienstleistungen, BOW kann seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich, Callcenter-Dienstleistungen, das passt. Ich kann nur sagen, wir haben richtig Bock auf Duisburg, wir freuen uns drauf und ich hoffe, Ihnen geht es genauso. Vielen Dank! Applaus 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 dat